Halli Hallöchen und Herzlich Willkommen hier wieder zurück bei Assassin's Creed Valhalla. Ja. Was? Ganz ehrlich, jetzt reicht's. Attacke! Ah! Ich find das lustig, Menschen wegzuschubsen. So, ja, beim letzten Mal haben wir ein bisschen die neue Feature Flussraubzüge gemacht, was... Naja, gut, man hat's halt ja immer gemacht, ne, aber... Es ist jetzt nicht gerade... Es ist jetzt nicht gerade etwas, wo ich... Ah, stirb! Wo ich, äh, ja, das, was ich ewig brauche oder sowas in der Art. Das ist es tatsächlich nicht. Wir reden mal mit Düddelknüdel. Hi. Laden ansehen. Was bietest du heute an? Hast du irgendwas, was ich hier brauchen könnte? Draugen-Kapuze. Angriff wird erhöht, wenn du einen vergifteten Gegner triffst. Zusätzliche Verbesserung für Tempo und Betäubung. Aber auch nur, wenn wir alles von diesem Draugen-Kram haben. Brennender Baum... Okay, das ist ein bisschen... Warum soll ich... Brennendem Baum bei mir... Nee. Höh, tschüss. Ich mach auch gerade jetzt keine Verträge. Bis bald. Also dann, geh wohl. Tüdelü und hori-do. Schnitzel. So, wir wollen einen neuen Verbündeten suchen und dafür müssen wir in... Wo müssen wir eigentlich hin? Da? Nee, das ist ein enges Foto. Toll. Äh. Wo muss ich eigentlich hin? Okay, warte. Wir haben einen Quest. Habe ich nicht. Okay. Stimmt, ich habe, glaube ich, noch gar nicht neu ausgewählt, ne? Ich glaube, ich habe gar nicht neu ausgewählt. Fällt mir... Gerade uff. Gerade uff fällt mir das. Wir haben gesagt, dass wir den als Verbündeten haben, aber ich habe, glaube ich, gar nicht neu ausgewählt. Na, ran, wie meine Süße. Ja, ja. Tüch, ich bin verwirrt. Hier muss ich hin. Die Kunde von unserer wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Seh dich nur um. Du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Alles in Ordnung? Rand, wie geht es dir gut? Du wirkst abwesend. Mir geht es gut. Nur etwas müde, aber das macht nichts. Sollen wir uns die Karte ansehen? Nicht, ehe du mir sagst, was dich bedrückt. Ich glaube, ich habe... Ich fühle mich eingesperrt. In diesem Raum, dieser Siedlung, diesem Leben. Mit deinem Leben kann ich dir gerade nicht helfen, aber... Ich kann dich aus diesem Raum holen. Was meinst du? Ich weiß nicht. Es gibt noch so viel zu tun. Hör auf. Vergiss all die Bündnisse und Verantwortung. Nur für ein paar Stunden. Wir könnten ausreiten. Nach Granterbrück oder woanders hin. Mal was anderes sehen. Das klingt wunderbar. Und zu weit weg, um es gerade in Betracht zu ziehen. Aber danke, Eivor. Ein anderes Mal vielleicht. Also, was brauchst du? Gehen wir nach Granterbrück. Gönn dir eine Pause, Randweh. Brechen wir nach Granterbrück-Ski auf. Und holen dich aus diesem muffigen Raum raus. Meinst du etwa jetzt? Sofort? Natürlich. Du sagtest, du wärst all dessen müde. Also warum nicht? Füll deine Lungen und gönn dir etwas Bewegung. Das sagte ich, nicht wahr? Du hast recht. Geh voran, Eivor. Siehste. Außerdem wärst du fetter. Du musst dich bewegen. So. Bringe Randweh nach Granterbrück. Naja, gut dann. Heute nehmen wir nicht das Langschiff. Wir machen einen Ausflug zu zweit. Ist das ein Problem? Keineswegs. Solange der Wind mich umweht und die Sonne mich kitzelt. Ich verbringe viel zu viel Zeit im Langhaus. Wir werden diesen Floss überqueren müssen, um nach Granterbrück schier zu gelangen. Falls du einen besseren Weg kennst, lass nur hören. Schwimmen steht nicht zur Auswahl? Schwimmen? Ich weiß nicht. Ist das ein Scherz? Ein Boot oder ein Pferd gehen auch. Aber ich habe auch nichts gegen die gute alte Art. Nein, wir reiten. Was bist du jetzt schon so rollig, Alter? Meine Güte. Was machst du mit den Händen? Wo genau hältst du dich fest? Sie versucht mitzureiten. Na, Pferd. Das ist dir ein bisschen zu anstrengend mit der fetten Händen drauf, wa? Jetzt rennt er. Jetzt gib alles. Er hat mich verlaufen, Randweg. Hüpf. Er hat das Pferd gemacht. Hüpf. Ach, so ein böses Pferd. So. Hier ist es wirklich schön. Ich war noch nie so weit östlich der Siedlung. Ist das nicht furchtbar? Hältst du Sicherheit für furchtbar? Tag um Tag so eingepfercht zu sein und die Geschichten von dir und deinen Kundschaften zu hören, ohne es hier selbst zu sehen. Bei den Göttern riechst du das? Die Erde, die Luft. Es ist so schön hier draußen. Ach Mensch, ja. Irgendwie tut es mir schon ein bisschen leid. So, du wolltest... Man gewöhnt sich daran. Ich hoffe, das muss ich nicht. Sie wollte schwimmen. Ich bin ein super... Typ. Aber wenn sie noch nicht mal mehr aus der Siedlung raus ist, so... Das ist aber auch schon ein bisschen bitter. Da würden wir aber auch die Decke auf den Kopf fallen. Geht der voll nach Lockdown. Vor die Quarantäne bei der da. Ach so, ja. Ich muss sie mitnehmen. Warte. Komm, steig auf. Ich hab sie vergessen. Schön. Wir treffen aber auch leider keine Banditen oder sowas. Eivor, Dott, was ist das? Hierher zog sich das Sommer hier zurück, als Ganterbrück verloren war. Sie haben die Stadt offenbar vollends umgesiedelt. Ja, in der Tat. Ich kenne die Karte dieser Gegend nur zu gut. Doch es selbst zu sehen, lässt es erst wirklich lebendig werden. Ein römisches Wunder. Diesen Ort werde ich so schnell nicht vergessen. Das ist schön. Ich wollte aber gucken, ob wir irgendjemanden töten können. Für dich. Das ist ja nur eine Vogelscheuche. Der da zum Beispiel. Hi! Wer sind sie? Darf ich... Darf ich sie abstechen? Ach komm! Für sie! Guck mal. Ja, romantisch, oder? Na dann. Hm. War nicht so romantisch. Aber die Pferde sind verliebt. Naja, wenigstens welche. Da dachte ich ganz romantischen Typen abstechen, weißt du. Na komm. Bewegung tut dir gut. Ist das hier überhaupt schon Granterbrück? Das sind ja noch 500 Meter. Ich dachte, ich glaube, ich habe das Ding von den... Von den... Von den... Von den Artefakt-Dingen gesehen. Ah ja. Oh! Ich vergesse die alte immer. Warum vergesse ich sie immer? Ja, scheiß auf das Artefakt jetzt gerade, oder? Wo es verdammt nahe ist. Ach, das ist nur so ein Blatt Papier, was herumflinsert. Scheiß auf Blatt Papier, was herumflinsert. Jetzt sind wir aber an Granterbrück angekommen. Da wären wir. Willkommen in Granterbrück. Wir sollten uns direkt zum Langhaus begehen. Es ist größer, als ich es mir vorgestellt habe. Urig. Holzig. Wunderschön. Und alles sieht so neu aus. Unter Somas Führung hat das Sommerherr dieses kleine Dorf zu einer großen Stadt wachsen lassen. Sie brauchten einen Handelsknoten nahelunden. Und sie wollten einen Ausgangspunkt für Überfälle in Westsexe bauen. Wirklich beeindruckend. Und es gibt ein paar außergewöhnliche Bauwerke. Wenn du das sagst. Wenn du das sagst, wird es ja wohl auch so sein, wach. Noch sehr, wie ich Spott streite. Ne, das interessiert mich aber auch nicht. Soma. Bock auf einen Dreier? Ich hab jemand mit. Kenne ich dich? Ich hab gerade keine Ahnung, wer das... Ich dachte gerade, wer leuchtet da blau, aber das ist die alte. Wie lange her, seit du das letzte Mal hier gewesen bist. Wer bist du? Ich kenne dich. Du bist einer von Somas Getreuen. Magni, nicht wahr? Ja, genau der bin ich. Schön, dich wiederzusehen. Das ist Randvie, eine gute Freundin und standhafte Kämpferin. Sei gegrüßt, Randvie. Avor hat offenbar die Gabe, sich mit wunderschönen Frauen anzufreunden. Nun ja, das ist mir ebenfalls aufgefallen. Ich hätte hier mehr Menschen erwartet, Magni. Ist etwas vorgefallen? Soma ist mit einigen unserer Krieger gen Westen gezogen. Sie erhofft sich davon einen neuen Handelsweg nach Oxenaford. Doch nun, in diesen schwierigen Zeiten, musste ich erkennen, dass ich nicht der Stellvertreter bin, der ich zu sein hoffte. Schwierige Zeiten? Oh, eine Räuberhorde hat sich in der Nähe eingenistet. Östlich von hier. Direkt am Ufer. Sie greifen sämtliche Händler an, die über den Fluss oder die Straße zu uns kommen. Es hat sich schnell herumgesprochen und die Händler bleiben fern. Das könnte die Stadt zugrunde richten, wenn es zu lange andauert. Mich hat es bereits erwischt. Diese Hunde haben gestern mal ein Pferd gestohlen. Dafür haben wir keine Zeit. Wir helfen gern. Was willst du? Wir kümmern uns um sie, Magni. Und wenn wir dein Pferd nicht finden, stehlen wir dir eben ein neues. Was für eine Erleichterung. Ich selbst kann euch keine Belohnung anbieten, aber die Räuber sicher schon. Nehmt euch von ihnen, was ihr könnt. Gut. Betrachte das als erledigt. Eivor, komm. Wir müssen ein Lager plündern. Na gut. Das ist ziemlich einfach, Alter. Irgendwann ist es von der Frau. Die Räuber haben ihr Lager unten am Fluss aufgeschlagen, am östlichen Ufer. Du hast uns in den Kampf geschickt, Randvie. Ist das deine Vorstellung eines gemütlichen Landausflugs? Offenbar schon. Ich bin selbst überrascht. Kaum stehst du mal einen Tag nicht am Kartentisch und schon schwebt in dir der Blutdurst. Ein Gefühl, das dir wohl bekannt sein dürfte, nicht wahr? Ich wollte schon immer die Welt erkunden, wie du. Jetzt tue ich es. Es sei denn, du hast etwas Aufregenderes für uns geplant. Wir helfen Magnium, beseitigen diese Räuber. Doch wir dürfen nichts überstürzen. Der Raben-Clan braucht eine ruhige Hand. Ja, aber selbstverständlich. Ich werde deine Befehle genauestens befolgen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du verspottest mich. Nicht im geringsten Eivor Wolfsmall, Dränger mit eiserner Faust. Ich würde nie jemanden mit solch imposanter Führungskraft verspotten. Oh mein Gott. Dort, das Räuberlager. Nun gut, bleib dicht bei mir. Tu, was ich tue. Ich soll Ernst zum Horizont starren? Ich bitte darum. Tu, was ich tue. Aim. Den wollte ich nicht. Den wollte ich. Da kann man einfach reinschießen. Der wird schon mit großen Steinen, was? Okay, ich habe keine mehr. Attacke. Ich habe den Dicken erledigt. Ich habe den Dicken. Ich habe den Dicken auch angeschrien. Oh doch, das überlebe ich. Dass nur ein bisschen meine Echse schwingt. Und eventuell looten. Oh ja, blinde. Was macht Ranji eigentlich? Muss ich auch nicht. Oh, guck mal, die kämpft da hinten. Wie süß. Oh, das tat sogar auch noch weh. Alter, das ist eine Frau. Ja, gebt ihr nochmal einen mit einem Hammer drauf. Gut, das wäre erledigt. Bringen wir Magni sein Pferd. Aber hier ist ein Lesenzettel. Tagebuch eines Räubers. Wieder eine Nacht, die uns reiche Beute beschert hat. Diesmal haben wir ein paar märzische Soldaten aus Lelkratzreska überfallen. Burgrits Jungs gut ausgerüstet. Wir haben ihnen alles abgenommen. Ihr Schwert, Helm. Ich habe sogar eine neue Hose. Hindebeut hat sich nicht gepasst. Es gefällt mir hier langsam richtig gut. Viel Frischfleisch, das auf dem Weg nach Granterbrück hier entlang klubsert. Habe ich ein Puma gehört? Blut, Blut. Ne, das war der Pilz. So, dann lass uns mal zurück. Räuber sind död. Tja, Diebstahl lohnt sich nicht. Wo ist denn zurück? Mädel, was machst du? Meinst du nicht, das war genug Aufregung für einen Tag? Wir sollten in die Siedlung zurückkehren. Oder wir trinken noch etwas zur Feier unseres Sieges. Zu Hause. Tekla hat mehr Mäht und Ale, als wir je runterkriegen. Avor, unser Ausflug hat gerade erst begonnen. Such uns ein Ale-Haus, in dem wir uns niederlassen können. Bringen wir zuerst das Pferd zurück. Und falls dein Durst anhält, sehen wir uns um. Ach, ist die anstrengend. Kein Wunder, dass die immer ohne sie unterwegs ist, da. Aber die ist ja voll anstrengend. Ah, die reitet auch Kinder um. Okay, die ist mir wieder sympathisch geworden. So steigt man übrigens ab. Siehst du, mach gleich Action. Ja, Entschuldigung. Was ein Weg. Magni, wir haben dein Räuberproblem gelöst. Habt ihr das? Gut gemacht. Konntet ihr mein treues Ross wiederfinden? Dein Pferd steht draußen und wartet auf dich. Bei den Göttern. Es geht ihm gut. Danke, Avor. Und auch deiner Freundin Randvi, wo auch immer sie steckt. Ich hab Pfeile gefunden. Worauf willst du hinaus? Einen Trinkwettbewerb. Du gegen mich. Wolfsmal gegen Tischmarkt. Randvi. Uns fällt etwas besseres ein als Tischmarkt. Dann mit, Königin. Nein, lieber nicht. Ich brauche einen Klankopf. Schade, denn wir gehen erst, wenn du die Herausforderung annimmst. Wer bist du? Komm schon, was sagst du? Ja. Also gut. Trinken wir. Wunderbar. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ehrlich, ich hab keinen Plan mehr. Ah, so geht das. Okay. Ich bin nicht so gut ins Schlucken, aber die Randvi hat scheinbar drauf. Mann. Schau, 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 schau. Ich muss sie nicht gewinnen. Mann. Schau, 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 schau Abgesoffen, Alter. Ich hasse das. Oh, bist du jetzt zufrieden? Mein Schädel dröhnt, wie eine Glocke. Mehr als zufrieden. Komm jetzt, wir reiten heim und lassen die frische Luft den Nebel aus unseren Köpfen wehen. Nach nur einem weiteren Halt. Oh, Randweh. Da ist dieser versunkene Turm bei einem Wasserfall nahe der Siedlung. Wir halten kurz an, dann bist du mich los. Er ist nahe des Gipfels eines Hügels im Süden der Siedlung. Leicht zu finden, schätze ich. Also gut, ein letzter Halt. Ich weiß, man sieht es kaum, Eivor, aber ich bin schon sehr aufgeregt. Man sieht es. Ihr wollt schon gehen? Nun, ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich erneut. Nee, hoffe ich nicht. Randweh. Komm jederzeit wieder. Vielleicht muss ich das, Magni. Danke für die Gastfreundschaft. Nein, nein, ich danke dir. Gute Reise. Ich bin besoffen. Geil, besoffen reiten. Ich glaube, das ist mein Pferd. Nee, ich glaube nicht, dass das ist. Sie sehen gleich aus. Ist mir egal. Ist mir egal, welches Pferd ich habe. Tschüss. Okay, besoffen reiten. Wir sind schon nicht mehr besoffen. Okay, schade. Also so schnell wird man nüchtern. Ich beschleicht das Gefühl, du hast Magnis Herz durchbohrt, Randweh. Was soll ich sagen? Es war nicht das erste und wird nicht das letzte Herz gewesen sein. Ich nenne dich Randweh. Schreckender Räuber. Brecherin der Herzen. Ich trage diesen Namen mit Stolz. Zunifa hat mir diesen Turm beschrieben. Komm hier nicht mehr runter. Verfallener, aber dennoch friedvoller Ort. Ich möchte ihn unbedingt sehen. Nach einem aufregenden Tag willst du also endlich zur Ruhe kommen? Meine Abenteuerlust ist fürs Erste gestillt. Es wird Zeit für eine Pause. Na gut, Mama. Oh, da ist noch ein Schatz. Alter Pferd, chill doch mal deine... Ich habe mich etwas gefragt. Du und Soma, wie stark war eure Verbindung wirklich? Als du von ihr sprachst, leuchteten deine Augen. Wir haben schnell eine enge Bindung aufgebaut. Meinst du das etwa? Oh oh. Einversüchtig, die Alde. Nein, ich meinte... Ist zwischen euch etwas vorgefallen? Was für eine Frage ist das denn? Eine Unschuldige. Unschuldig wie ein Neugeborenes. Zwischen uns ist nichts vorgefallen. Mehr sage ich dazu nicht. Hm. Das finde ich enttäuschend. An deiner Stelle hätte ich einen Versuch gewagt. Eivor, umgarnt von einer kühnen Jarlskona, die ihr Heer zu Wohlstand und Ruhm führt. Ein wahrlich beflügelndes Bild. Ich werde so tun, als hätte der Wind deine letzten Worte verschluckt, Randweh. Wenn du meinst. Was ist denn los mit der? Was ist denn los mit der alten? Meine Fresse, ist die rollig und bedürftig da? Halleluja da. Da kann mein Pferd schon gar nicht mehr. Sieh mal dort. Das muss der Turm sein. Auf zur Brücke. Viel Spaß. Kommst du mit? Ja. Na denn. Viel Spaß. Hopp. Dammt, die geht auch noch intelligent vor. Schade. Ich dachte, sie stürzt sich jetzt in den Tod oder so. Nicht, dass ich sie loswerden will, aber sie ist keinem auf anstrengend. Keine Zeit. Schnauze. Alter, das ist echt bedürftig. Randweh, guck mal, ich bin eine Meerjungfrau. Ich bin, ich bin Ariel und du bist Bastian und Fabius. Du musst zwei spielen. Irgendwas wird auch noch hinterm Wasserfall sein. Oh, ich glaube diesmal sogar nicht, wa? Oh, voll bitter. Ich weiß, ob nichts hinterm Wasserfall ist. War ich hier nicht schon mal? Randweh, ich... Ich hab das Gefühl, dass ich hier schon mal war. Ich lass hier einfach... Die kommt hinterher. Ich glaube aber, wir waren hier schon mal. Das sieht sowas von hier öffnet aus. Kacke. Randweh. Randweh? Ach, die schaffte schon. Die will halt nicht Abenteuer erleben. Weil hier noch alles zum Plündern war, deswegen dachte ich, dass wir da vielleicht noch gar nicht waren. Ich hab auch Randweh ein bisschen aus den Augen verloren, bin ich ganz ehrlich. Oh ja, dann bist du da oben. Best Date, Alter. Ich hab mich gefordert. ... ... ... da kommt sie aber weggescheucht er ist so schön wie in sunnifas geschichten stell dir nur vor wie er ausgesehen haben muss als er neu war vor hunderten von wintern manchmal wenn ich mir eine karte ansehe stelle ich mir vor wie kleine menschen mit ihren kleinen waffen durch das land streifen und wenn ich diese ruinen sehe denke ich an die menschen von damals wie sie lebten nicht ahnend was einst aus ihren monumenten wird du hast eine blühende vorstellungskraft ich möchte die aussicht von da oben sehen wollen wir sagt mich fett man heute langsam ins wasser ich kann kein körper was auch wo du hingehörst steine sind alt und verwittert weil sie genauso wie du ich kann da jetzt ich bin super im daten du kletterst gut für jemanden der karten faltet wohl kaum aber ich habe schon so manches langhaus errichtet und viele langschiffspanzen vernagelt meine hände sind für harte arbeit gemacht war das eine anmache ich hoffe es klang gut wie hoch willst du denn ist das oben einsammeln ich habe schon jetzt gerade gefunden atemberaubend die aussicht erinnert mich an meine frühen jahre in nordwege als ich die hügel jenseits des waldes erklommen du hast das herz einer abenteurerin hinter deinem tisch sieht man es nicht doch nun sah ich dich einen turm in durchtränkten felden besteigen ich war ein rauf lustiges kind immer auf der jagd oder auf dem meer ein wahrer wildfang bevor ich zu dieser unerschütterlichen frau wurde dann wurde ich für den frieden zweier clans verheiratet eine edle aufgabe wohl war aber keine die ich mir selbst erträumt hätte aus dir wäre eine ausgezeichnete kriegerin geworden eine joms wikingerin die sich von niemandem befehle erteilen lässt das glaube ich auch vielleicht wären wir sogar gemeinsam gesegelt zum plündern oder schlicht auf reisen oder wir wären uns in der schlacht begegnet ohne deine heirat mit sie gut würde zwischen unseren clans womöglich immer noch krieg herrschen ja wohl wahr hab dank für diesen tag jede einzelne minute war wie ein traum und ich möchte nur ungern daraus erwachen das musst du nicht wir können hier bleiben solange du willst ja was war das nein das ist es tut mir leid das hätte ich nicht tun sollen ich habe mich mitreißen lassen du musst dich nicht entschuldigen sie gut ist dein bruder und ich habe dich in eine schwierige lage gebracht politik ist eine kopf und keine herzenssache vielleicht liegt es am med vielleicht an der luft aber du musst dich nicht entschuldigen ich bin nüchtern genug die wahrheit ist dass ich schon sehr lange so für dich empfunden habe du liegst mir am herzen das ist tröstlich zu hören ich fühle seit langer zeit dasselbe ich habe nicht geglaubt dass du meine gefühle je erwidern könntest ich wollte es dir schon so oft sagen dir mein herz ausschütten dir alle meine wünsche offenbaren doch die pflicht hielt mich immer davon ab sag was du willst dieser tag hat mir viel bedeutet wir ritten kämpften tranken und lachten du zeigtest mir deine welt nicht mit worten sondern mit taten taten sind viel bedeutsamer als worte oh ja das sind sie was ob das so eine gute idee ist ist mir völlig egal ich darf ran also sei es gut was meine güte die ganze nacht du berserker alter rand wie sie muss in die siedlung zurückgekehrt sein tolle frau warst du da so 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 sie in